Und dann irgendwie flach die Wand entlang geht. Das ist... Alter. Du probierst das einmal aus. Und ich glaube ich geht... Jetzt wollen wir mal ganz kurz hier saufen. Warum ist mein Ball in der Luft abgefallen? Ich weiß es nicht. Ich hab nach unten geschlagen und nicht nach oben. Ich hab nach unten geschlagen, der Ball ist einfach mitten im Licht. Einfach nach rechts weggeflogen. Einfach so. Was war das? What the fuck?